Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei Löwenwärts Lennemann zu euren Wochenenergien. Vom 5. bis zum 12.12. eine Karte aus dem Lennemann. So, da sind Zwillinge in dieser Woche, ich will nur eine, okay, die wollte jetzt unbedingt raus, wir haben ganz, also ich glaube fast von ihm hier, die Personkarte, also es scheint viel um euch selbst zu gehen in dieser Woche. Da war nur die hohe Priesterin, sehr intuitiv diese Woche, verrat vom Universum. Das ist ja lustig. Was heißt lustig? Es ist ein Karten, die passen. Die hohe Priesterin und dann der Rat vom Universum, vertraue deiner Intuition, das sagt schon alles. Die hohe Priesterin hat die Anbindung ans höhere Selbst, die ist super intuitiv, die hat die Antennen, die spürt das, die hat Verbindung zur geistigen Welt, zu ihrem höheren Selbst halt, ja. Vertraue in dieser Woche drauf. Vertraue, was du wahrnimmst, ja. Das wird in dieser Woche für dich die richtige Entscheidung sein. Du hast in dieser Woche wahnsinnig gute Antennen, ein wahnsinnig gutes sogenannte Bauchgefühl, die Intuition. Vertraue drauf in dieser Woche. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!